Namaste an alle. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber Deepak, da habe ich doch gleich mal eine Frage an dich, wenn ich darf. Oder machst du eine Einführung bezüglich dem Thema? Oder sind Fragen jetzt schon okay? Also ist alles okay. Alles okay? Also du sagst ja, untersuch doch mal, wer die Handlung macht. Ob es einen Handelnden überhaupt gibt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dir dasselbe schon mal letztes Mal gesagt habe, aber egal, ich frage dich das jetzt dann halt doppelt. Ich sehe, dass ich die Handlung nicht mache. Ich sehe es nicht rund um die Uhr, aber wenn ich genau hinschaue, taucht da von alleine der Gedanke auf. Da taucht ein äußerer Umstand auf und das motiviert scheinbar zu irgendeiner Handlung. Trotzdem ist permanent die Isabella da. Das heißt, ich habe das untersucht, auch dass die Gedanken von alleine auftauchen, die Gefühle, die durch die Gedanken ausgelöst werden und so weiter. Ja, aber trotzdem... Ja, ist da. Hast du da... Kannst du mir was dazu sagen? Wo hängt es denn da? Im Grunde genommen ist der spirituell suchende, die suchende Isabella immer noch aktiv. Und Ramesh, mein Guru sagt dazu, du sollst einfach weiter investieren in dich selbst, also diese Selbsterforschung, was du da erwähnt hast. Das heißt, der spirituell suchende, der nach etwas sucht, der wird so lange suchen, solange das bestimmt ist. Dagegen kannst du nichts machen. Und es ist der spirituell suchende, der diese Idee kreiert, dass eine Isabella da ist. Und diese Idee zu löschen oder das Ego auszulöschen, ist nur in dem, das passiert, dass du vollkommen merkst, dass du wirklich nicht der Handelnde bist. Nicht mal der, der gerade die Untersuchung macht. Das ist das. Also du bist noch nicht mal derjenige, der da gerade diese Untersuchung macht. Und jetzt stellt sich dann der Untersuchende die Frage, wer ist das dann? Wer ist das, der jetzt gerade die Untersuchung macht? Ja, das ist das Gewahrsein. So, und dann... Verschwindet das, wenn das deine Bestimmung ist, Isabella. Dagegen kann das Instrument Isabella nichts tun. Ja. Und doch scheint es so, als würdest du was tun können. Es scheint so. Ja. Weil, warum scheint das so? Sonst würde das Leben gar nicht stattfinden können. Der freie Wille ist da. Aber auf etwas darüber analysiert, merken wir, dieser freie Wille ist eine Illusion. Ja. Erstmal dieses Verständnis. Wir möchten alle, dass das Verständnis im Herzen reingeht. Das, was intellektuell verstanden wird. Und das ist auch nicht in unserer Macht, sagt er mich. Du willst, dass dieses Verständnis reingeht, aber du kannst das nicht verursachen, dass es dann tiefer reingeht. Und das ist ganz normal, was in dir gerade passiert. Das ist so, wie es sein soll. Ja. Dass es immer noch da die Isabella gibt, die sagt, ich suche jetzt mal, bin ich wirklich der Handelnde? Wer ist das denn überhaupt? Und so lange wird das so stattfinden, bis du dann diesen göttlichen Flash-Moment, also Ramesh sagt, göttlicher Blitz oder göttlicher Flash-Moment erlangst. Das ist wirklich, ich kann nicht der Macher sein. Das geht gar nicht. Ich als Isabella kann es nicht sein. Und der andere ist es auch nicht. Wenn ich es nicht bin, dann sind es die anderen auch nicht. Ja. Kann ich dir noch? Kann ich dir noch eine Frage stellen, Deepak? Ja. Die Wahrnehmung, die ist schon Teil der Illusion, höre ich immer. Die Wahrnehmung, du meinst die göttliche Hypnose, das Ich-Ego. Also ich habe das so verstanden, dass die Wahrnehmung über die Sinne auf dem Ohr auch Teil der Identifikation ist, weil es gar keine Wahrnehmung eigentlich gibt. Das habe ich von mehreren Lehrern und das treibt mich in die Verzweiflung, weil ich... Nochmal, du sagst die Identifikation? Ja. Mit den fünf Sinnen? Ja, so habe ich das. Ist eine Illusion? Ja, es gäbe gar keine Wahrnehmung. Ist eine Illusion demnach. Ja, richtig. Ich glaube, was die Meister meinen, ist, dass das, was der Mensch über die fünf Sinne wahrnimmt, ist nicht echt. Und das, da steckt etwas, also das kann ich mir so erklären, was die damit sagen wollen, ist, dass du über den fünf Sinnen die Welt wahrnimmst. Aber im Tiefschlag, Isabella, da ist die Welt nicht da. Da bist noch nicht mal du da. Im Tiefschlaf, da ist nicht die Welt da, da bist nicht du da, da sind keine Gedanken, nichts. Und doch existiert irgendetwas, was dann sagt, ich habe tief geschlafen. Verstehst du? So, und das, diesen Aspekt, Bewusstseinszustandaspekt, den wollen die Meister darauf Fingerzeige verweisen, dass, was wir über unseren fünf Sinnen wahrnehmen, können wir nicht sein. Diese Wahrnehmung ist nach außen, also die Wahrnehmung nach außen gerichtet, also hören die fünf Sinne, was wir benutzen oder haben, die ist Illusion, weil du bist nicht das, was im Außen passiert, Isabella. Du bist auch nicht das, was du da siehst oder riechst oder schmeckst. Das ist eine Spiegelung, eine Reflexion von deinem Sein. Und was sagt jetzt der Verstand? Der Verstand ist so konditioniert, dass er nach außen gerichtet ist. Und alles, was im Außen passiert, so geht es dir dann aus. Deine Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet. Und das meinen die Meister, mit Wahrnehmung. Die wirkliche Wahrnehmung, also die wahre Wahrnehmung, ist in dir, nicht außen. Du musst dir vorstellen, wie ein Licht im Körper, wo ist das Licht? Ist das außen, wird das außen wahrgenommen oder nimmst du innen drin etwas wahr, was außen passiert? Es ist ja so, dass das Licht im Körper drin ist und das Licht jetzt macht dich fähig, nach außen wahrzunehmen. Das heißt, guck mal, außen kann also nicht echt sein. Was ist echt? Das Element Licht, was das überhaupt fähig macht. Mein Punkt ist, im Tiefschlaf, wo alles weg ist, ist immer noch dieses Licht da. Das heißt, wenn die Welt für dich nicht existiert hat, im Tiefschlaf, und du sagst aber trotzdem, da war einfach nur schwarz, Ja, dann sagt er mich, stell dir vor, wir würden alle im Tiefschlaf schlafen, alle Lebewesen auf dem Planeten. Wer wäre dann noch da, der sagen würde, die Welt hat existiert? Die Welt existiert nicht, das ist der Punkt, die Welt ist eine Illusion. Und das meinen die Meister, darauf wollen die verweisen, durch diese Konzepte, die du da von den Meistern hörst oder mir sagst. Und wenn Menschen zum Beispiel von Nahtoderfahrungen berichten, dann berichten sie doch darüber, dass sie ihren Körper verlassen haben und sich von oben oder wo auch immer sehen und dann das Bewusstsein haben, dass sie wahrnehmen, auch ohne Körper. Genau, das ist der Punkt, Isabella. Wahrnehmen ohne Körper. Im Tiefschlaf hast du keinen Körper und du nimmst trotzdem wahr. Im Tiefschlaf nehmen, mir kommt es so vor, als ob ich erst am Morgen sage, ich habe aber gut geschlafen, weil ich mich erholt fühle. Ich kann mich natürlich nicht an den Tiefschlaf erinnern, während der Tiefschlaf stattgefunden hat. Ah, okay. Dann ist dein Level vom Bewusstsein noch nicht ausgeprägt, dass du das erfahren kannst, erleben kannst, wo du sagst, alles war schwarz. Ich bin so, Augen sind zugegangen und Augen sind aufgegangen, dazwischen diese Spanne. Die habe ich bewusst erlebt und da war nichts. Da war überhaupt nichts. Das ging, Augen ging zu. Morgens bin ich aufgewacht, also Körperbewusstsein ist wieder erwacht. Aber zwischen, guck mal, schlafen und aufwachen, diese Spanne, das nennt die Vedanta, wenn das Tiefschlaf ist, Tiefschlaf und das bedeutet, da war kein Objekt, da war keine Gedanken, keine Emotion, kein Körper, kein Ich, nicht mal dein Mann, nicht mal die Welt. Da war nichts. Und doch ging es dir sehr gut. Und was passiert dann bei den genannten Nahtoderfahrungen? Da passiert einfach das, dass das wahre Ich, das wird bewusst wahrgenommen. Das fälschliche Ich, die Idee, dass man der Körper ist, die Gedanken, dass man die Gedanken ist und das fällt dann weg. Warum? Weil man diese Erfahrung macht, welche selbst von Gott gewollt ist. Und Gott möchte, dass du diese Erfahrung machst, um, weiß man nicht, um zu erwachen oder für welchen Zweck auch immer, das wissen wir nicht, das weiß der Mensch nicht. Aber was da passiert, ist einfach das, ich nenne dir das mal aus der Vedantischen Perspektive. Vedanta sagt, Isabella, wir haben drei verschiedene Körper. Physischer, astral, auch Geistkörper genannt, und kausal. Physischer Körper, Wachzustand. Astralkörper, Energiekörper auch genannt, Traum oder transzendieller Zustand, außerkörperlicher Zustand. Da sind wir in dem Astralkörper. Energiekörper, was wir auch in dem, also was beim Tod passiert, ist, dass der physische Körper darauf, weil er wenig Energie hat, dann irgendwann, wenn Energie vollkommen leer ist, klingt das nicht mehr. Das hält nicht mehr. Was uns gerade hier hält, ist einfach diese Energie. Wenn diese Energie vom physischen Körper abgelaufen ist, dann schlüpfen wir raus, sagt die Vedanta, also wie diese außerkörperliche Erfahrung oder NATO, und erleben dann in einer anderen Weltdimension etwas. Das ist dann unser Energie- oder Geistkörper, oder Geist genannt, und Kausalkörper bezeichnet den Körper, in dem wir im Tiefschlaf sind, Isabella. Der Kausalkörper, den haben wir, wenn wir im Tiefschlaf sind. Der wird übrigens auch Glückseligkeitskörper genannt. Der Astralkörper und seine Erfahrungen als Astralkörper sind auch Teil der Illusion, nur auf einer anderen Ebene, kann man so sagen. Dann kann man auch sehen, aber nicht mit den physischen Augen, sondern jetzt wird wahrgenommen über den Astralkörper, und deshalb sieht man auch den physischen Körper da unten, was weiß ich, verletzt oder wie auch immer liegen, gell? So kann ich mir das vorstellen. Aber es ist Teil der Illusion, gell? Es ist Teil des göttlichen Spiels, ja, und es ist damit Teil der Illusion, das stimmt. Ja, es ist die Bestimmung eines bestimmten Menschen, diese Erfahrung zu machen, in einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Ort, damit er erwacht, damit er einfach sieht, das ist nicht echt, was er da dachte, und damit er weiterhin in die Richtung von Erleuchtung geht. Ja, für welchen, für welche, was Gott für uns am Apparat hat, also was die Bestimmung letztendlich ist, A bis Z, wissen wir ja nicht. Wir wissen nur, was jetzt gerade ist. Wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Aber Gott weiß das. Gott hat alles vorher bestimmt, Gott hat alles gedreht, und Gott spielt diese Charaktere. Du und ich, gleiche Sache. Aber was wissen wir nicht, Isabella? Wir wissen nicht, was, guck mal, wir wissen ja noch nicht mal, was im nächsten Moment passiert. Ja, ist das Fakt? Wir wissen das nicht. Aber wer weiß das? Gott. Warum wissen wir das nicht, Isabella? Jetzt sagt Remischt da auch ganz einfach. Wir sind kreierte Objekte. Wir sind gemacht, gemalt vom Maler. Und jetzt will dieses Objekt wissen, warum es so gemalt ist. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Indem dieses Verständnis passiert, dass er da merkt, ich kann gar nicht nach Gott suchen. Ich kann es nicht. Geschieht Erleuchtung, sagt Remischt. Wenn dieses Verständnis da ist. Und Vedanta zu diesem Astralkörper und so sagt, du bist weder physisch, noch bist du astral, noch bist du kausal. Du bist das vierte. Und das ist Turya. Turya bedeutet reines Bewusstsein. Jenseits von vorn, jenseits von Zeit, jenseits von Raum. Das bist du. Das sagt Vedanta. Also der eine, der sich von oben sieht und den Körper unten legt, das ist nur eine Glimpse. Häng nicht, also klammer dich nicht daran fest, weil Vedanta sagt, du bist der vierte Aspekt. Du bist nicht OM-Zeichen. Das OM-Zeichen hat diese Bedeutung. Du bist nicht Wachzustand, du bist auch nicht Traum, du bist auch nicht Tiefschlafzustand. Du bist der Punkt oben. Und der Punkt oben symbolisiert beim OM-Zeichen reines Bewusstsein, reine Aufmerksamkeit. Und dieses Gewahrsein erfährt diese ganzen Sachen. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich die Frage wirklich schon gestellt habe. Jetzt fällt sie mir wieder ein. Nein, du siehst doch auch deinen Laptop. Und du siehst mich jetzt hier. Ja. Ja. Aber das siehst du doch mit deinen physischen Augen. Ich sehe... Wenn du deine Augen zumachst, siehst du doch auch nur dunkel. Ich sehe durch meine Augen, aber da hast du schon die Weisheit gesagt, Isabel. Ich sehe... Ich, das wahre Gewahrsein, siehst du durch die Augen. Ich als Gewahrsein sehe gerade ein Objekt durch die Augen. Die Augen, Isabella, sind unfähig, ohne Bewusstsein etwas zu sehen. Ohne Bewusstsein können die Augen nichts sehen von selbst. Ohne Energie funktioniert der Körper nicht. Eine Leiche ist blind. Nicht mal das. Eine Leiche ist eine Leiche. So, also, verstehe diesen Aspekt, Isabella. Ohne Energie kann nichts passieren. Weder sehen und sprechen ist das reine Bewusstsein, was gerade interagiert. Ohne Bewusstsein sind wir Kostüme, Leichen. Das heißt, was ist das Element, was gerade in dir agiert und zuhört? Können diese Ohren selbst von sich zuhören? Nein. Das ist die Energie, die das möglich macht. Und die gleichzeitig das Gehörte erzeugt. Diese Energie, die er fähig macht, diesen Körper, dass er mit seinem Organ hören hört, macht, dass es geht hier rein und es wird dann, was hier reingeht, also was mit den 15 wahrgenommen wird, darauf reagiert das Gehirn und bringt eine Ausgabe heraus. Und die ist gemäß deiner Programmierung. Und dann erst kommt das Ego. Erstmal hier, was hier reingeht, hast du niemals die Kontrolle. Jetzt reagiert das Gehirn und bringt eine Ausgabe raus. Biologische Reaktion des Körpers. Diese biologische Reaktion, in Länge gezogen vom Ich, also in Involvierung gezogen, das ist meine Reaktion, was nicht stimmt, ist das Problem vom Menschen. Und das, was reingeht, wird sowohl vom Gewahrsein wahrgenommen, aber auch vom Gewahrsein gemacht. Beides, oder? Beides, ja. Es ist Gewahrsein selbst, also es ist Gewahrsein selbst, was gerade in dir zuhört und Gewahrsein selbst, was in mir gerade spricht und das herausbringt, was sowieso passieren soll. Ja, das ist das. Danke, Deepak. Es kommt eine Frage. Achtung. Magrits Sieger, du sagst, Gott weiß es, aber wir wissen es nicht. Das ist doch Paradox, weil wir sind doch Gott. Wie kann ich das verstehen? Ja, das ist Paradox. Das hat der liebe Werner, der nicht mehr lebt, auch gesagt. Wenn du diesen Paradox schon versuchst aufzulösen, wirst du es nicht schaffen. Wir sind funktional Körper, Geist, Verstand, Organismen. Körper. Aber essentiell, es gibt es da eine Verbindung zur Quelle, zu Gott. Und essentiell sind wir Gott. Wir können nicht Objekt sein, weil das Objekt vom Subjekt kommt. Daher sind wir identifiziert. Die Quelle hat sich identifiziert mit diesem Körper und agiert jetzt als separates Ego namens Margret. Aber Margret in der Essenz ist Gott. Funktional aber ist sie Margret, das Ego. Und das, und Margret ist eine kreierte Sache, ein kreiertes Objekt und macht zusammen mit allen diesen sieben Milliarden von Objekten die totale Manifestation aus. Was wir Dualität nennen. Was die Spiritualität, die Vedanta sagt, Dualität. So, Margret hatte keine Kontrolle über, wo sie hinplatziert wurde. Sie hatte auch keine Kontrolle über ihre Eltern, ihre Umstände, wo sie aufgewachsen ist. Weder hatte sie eine Kontrolle über das, was bisher in ihrem Leben passiert ist. So, und von dieser Sache spreche ich. Der Mensch hat keine Kontrolle über das, was im Leben oder das, was das Leben mit sich bringt. Und was der Mensch essentiell ist, ist ein kreiertes Objekt, was, wie das der Name sagt, Objekt, eines Tages geschaffen wurde, aber auch eines Tages verschwinden wird. Das heißt, Leben und Tod. Für das Objekt. Das gilt nur für das Objekt. Nicht für das, was in dem Objekt agiert. Das ist unsterblich, was man als, ich als Gott bezeichne, als Energie, als die Quelle. Der ganze Lebensfilm ist laut römisch Konzeptbestimmung vorherbestimmt. Das ganze Leben eines Menschen ist von seiner Empfängnis vorherbestimmt. Seit der Empfängnis. Was dieses menschliche Wesen, das Objekt, erleben wird, wie viel Schmerz und wie viel Freude, ist alles festgelegt. Vorherbestimmt oder wie der sagte, determiniert. Ja. Und da der Mensch dieses Geschenk von Gott bekommen hat, den Verstand, Intellekt, kann er diese Fragen stellen und kann sich wundern, sorgen und meinen, dass er was tut oder macht. Sonst wäre dieses Spiel gar nicht stattgefunden, das, was gespielt wird von Gott. So. Die, der Lebensplan oder der Lebensablauf ist vorherbestimmt, das ganze Leben ist vorherbestimmt und die Margrit ist einfach nur ein Instrument, durch den Leben lebt. Du bist ein Instrument, funktional gesehen, in dem Leben agiert, in dem Gott agiert oder die ursprüngliche Kraft, Energie agiert. Und wenn Margrit nicht der Macher ist, wenn du da zu diesem Verständnis gekommen bist, dann wer ist der Macher? Wer ist überhaupt der Macher? Dann kommt die Antwort und das ist Gott. Und Gott ist der einzige Macher. Und die, die das dann verstanden haben, wo das Verständnis passiert ist, werden das wahrnehmen und spüren. Ich bin selbst Gott. ich bin selbst reines Gewahrsein. Ich bin selbst Schöpfer. Deswegen sagte mein Meister, mein Guru auch, lebt dein Leben so, wie es passiert. Mit anderen Worten, lass das Leben fließen, so, wie es fließt. Wer sagt, er hat Gott erlangt oder verstanden oder das Wissen erlangt, das Allwissen erlangt, der hat keine Erleuchtung erlangt. Wer sagt, ich habe Gott, ich weiß, was Gott ist, hat niemals die geringste Ahnung, was Gott ist. Und das ist das Paradoxon. Und das ist, weil es so ist. Das kann man nicht verstehen. Man kann niemals wissen, was Gott sich dabei gedacht hat, wieso er diese Sachen gemacht hat, wie sie sind. Das ist komisch, Tipak. Irgendwann immer wieder kommt, dann brauchst du eigentlich keine Frage stellen. Das heißt, dann sieht wieder etwas, dass da aus dem Mund jetzt dieser Satz gesprochen wird und dass auch das Fragestellen im Grunde von alleine passiert, wenn nur geschaut wird. Eigentlich bräuchte man keine Fragen stellen, aber das Fragestellen passiert ja von alleine und dann stehe ich wieder an dem Punkt, dass ich das sehe und dann ist immer noch diese Isabella da. Das ist das lustige Isabella, das macht alles Gott. Das ist ja das lustige, das macht alles Gott, er amüsiert sich selbst in diesem ganzen Leiden. Er amüsiert sich im Leiden. Das hört sich jetzt sehr komisch vielleicht für den Heino, aber er amüsiert sich. Na toll, einer muss es ja. Ja. der amüsiert sich daran und denn wenn die dieses Verständnis, wenn das da ist, dass alles ist eine Reflexion und ich begegne mich immer selbst und dann sagt da einer, ich leide aber oder ich habe Gedanken, dann wirst du lachen, weil niemand hat Gedanken. Es tut alles Gott schicken oder machen. Wenn einer sagt, ich habe das geschafft. Du weißt aber ganz genau, du hast nichts geschafft. Es ist dir passiert. Du hast nichts gemacht. Gott hat für dich die Bestimmung gehabt und Gott hat dir das gegeben. Aber du, du hast nichts gemacht. oder ich leide, ich habe Schmerz. Warum passiert das mit mir so? Ja, du, du hast doch keine Schmerzen. Das ist Gott, der das Schmerz erfährt. Warum? Weil das deine Bestimmung ist. Diese Millionen von Menschen, die leiden, und sehen müssen, wo sie ihr Brot und alles herkriegen. Ja, das ist Gott selbst, der diese Erfahrung da macht und machen muss, weil sonst würde es ja nicht passieren. Und dann gibt es die wenigen, die dann Weisheit erfahren oder über Weisheit sprechen. Aber diese Guck mal, Millionen von Menschen, die müssen und die sind so gemacht vom Schöpfer und Gott selbst möchte sich genießen in Schmerz, in Geld, in diese ganzen Sachen möchte Gott diese Erfahrung machen. Jetzt kommt wieder die Frage, warum wissen wir nicht? Genießt du Leiden? Das heißt, die Frage ist, ob du doch leidest, aber ich meine, du bist ja in dem Bewusstsein taucht ja auch mal Trauer auf oder so und hinten dran von mir aus ist Frieden und Glückseligkeit, aber genießt du jede Sekunde des Lebens? Also der Frieden, der ist da, aber was du sagst, Trauer oder Schmerz wenn der auftritt, ist er da und das ist dem Körper nicht angenehm. Traurigkeit ist nicht angenehm und Schmerz auch nicht, aber dieser Schmerz oder diese Trauer ist nicht in Länge gezogen und hat daher nur kurze Dauer. Natürlich, wenn der immer wieder hochkommt, weil diese biologische Reaktion dieses Körpers ist, er hat diese Sache gehört oder gesehen und dann kommt Traurigkeit oder Schmerz, Leiden, dann wird das so lange absorbiert, akzeptiert. Ich meine, die Akzeptanz ist niemand, der irgendwie hier Akzeptanz und die wird dann gemacht, sondern das ist einfach ein ständiger Akzeptanz, ein Friede oder wie du das auch benennen möchtest und diese Sache tut dann halt diese Sachen nicht in Länge ziehen, sondern observiert sie, also beobachtet sie und in diesem Beobachten kann es passieren, dass sie dann irgendwann nie mehr auftauchen und wenn dann nur so als Pop up, poppen auf und sind weg, das passiert und Leiden habe ich 26 Jahre lang genossen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das angenehm war, es war nicht angenehm, es hat mich Unangenehmlichkeit produziert, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, niemand möchte leiden, weil es tut einfach nicht einem gut, so, aber Buddha, Buddha sagt, Leid ist dein bester Lehrer, das heißt, auch da, wenn wir sein Konzept nehmen vom Buddha, dann erlangen wir diese Weisheit, das stimmt, was der Buddha sagt, weil ich habe viel gelitten, aber dafür habe ich auch viel bekommen, sonst wäre ich nicht der, der ich bin, nur ein Beispiel, schauen wir unsere eigene Lebensgeschichte an, wir haben so viel gelitten, wir haben so viel durchgemacht und jetzt sind wir aber in dem Punkt, wo wir sagen können, wow, Dankeschön, Gott, Dankeschön, ja, und das ist dann, damit ist dieser Leibschmerz vergessen, was passiert, ist das, wenn Erleuchtung passiert ist, das Leid wird kommen, wenn das die Bestimmung ist, Schmerz wird kommen, aber das ist nicht mehr in die Länge gezogen, von daher kreiert es keine karmische Erinnerung, das wird passieren, Ramech zum Beispiel hat erzählt, er hatte viele Operationen und diese Schmerzen waren unerträglich, weil er war, sein Körper war so gemacht, dass er sehr viele Schmerzen gespürt hat, also er war sehr sensibel, aber er sagte, nach diesem Aufenthalt von Krankenhäusern und weiß ich nicht, diese ganzen Behandlungen und Nachbehandlungen, da ist keine Erinnerung mehr da, da ist natürlich, wenn er darüber spricht, erinnert er sich wieder, also wie in, dass du in Schublade wieder gehst und da ist so, ne, holst du raus, aber tust die dann wieder rein in Schublade zu, so, aber nicht, dass die ganze Zeit Schublade auf ist und mach das, was du nicht willst, das passiert in den meisten Fällen, also von irgendeinem Mensch, das ist so, Erinnerungen ganze Zeit dich verrückt machen, Erinnerungen und dann, also Erinnerungen sind karmische Struktur und das macht den Menschen, belastet den Menschen, ja, der hat mir das angetan, auch das ist eine Erinnerung, Wer hat mir das angetan, ich habe ihm das angetan, das sollte ich nicht machen, das sollte er nicht machen, ja, das ist alles karmische Struktur, ja. Aber es hört sich schon, wenn du jetzt so erzählst, wenn auch auf höchster Ebene alles das eine ist, was alles so arrangiert und mit sich selbst spielt, hört es sich für mich dann doch immer wieder an, wie ein individueller Erkenntnisweg des Bewusstseins, zum Beispiel durch viel Leid sagen, hast du gesagt, sagen wir dann, danke Gott, ohne das wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, sozusagen. Das ist mein Konzept, Isabella, das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist mein eigenes Konzept und das heißt, meine eigene Lebenserfahrung und ja, dieses Konzept, Leid ist der größte Lehrer, stimmt, aber jetzt Moment, Ramesh sagt, Leid ist von Gott her gemacht, das heißt, in der absoluten Ebene ist das ja dann auch Gott oder das eine allerhöchste, was ja dieses Leid kreiert. Wer kreiert das Leid? Du? Niemals. Ich? Wie denn? Wenn hier keine Energie drin wäre, dann wäre kein Leid mehr da. Das heißt, Leid wird ja produziert von der Quelle und jeder tut seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist meine, die ich dir jetzt so gesagt habe, aber Ramesh hier nochmal, also ich nehme den jetzt nochmal aus, also ich nehme ihn vor und sage, Ramesh sagen, Leid ist ja auch von Gott, also wer leidet da überhaupt? Fragen wir uns das mal. Es ist Gott, der da leidet. Wer freut sich überhaupt? Es ist Gott. Es ist Gott, der sich da freut. Wer ist verletzt? Gott. Wer ist traurig? Gott. Weil guck mal, Traurigkeit, Leid, Schmerz kann doch gar nicht existieren, wenn es kein Gewahrsein gibt. Wenn es niemanden da gibt, der das Subjektive, der das Subjekt ist und ganze Zeit aufnimmt, was halt da ist und was passiert, also ein Zeuge ist von dem, was passiert, was du bist, wie soll es diese Sachen geben? Erzähl mir das. Wenn diese Objekte gar nicht existieren können, wenn es kein Subjekt gibt, verstehst du? Dann ist das doch kein, das ist Paradoxon. Das nenne ich Paradoxon, weil dann ein Objekt kann gar nicht existieren, wenn es keine Kamera gibt, also das Subjekt. Ein Objekt kann nur wahrgenommen werden, wenn da ein Subjekt ist und konzentrieren wir uns auf das Subjekt, nicht auf das Objekt. Was der Mensch macht, ist, er konzentriert sich immer auf die Objekte und nimmt die als echt. Aber der Mensch ist das, in dem Mensch agiert das Subjekt. Wir nehmen ja alle gleich wahr. Ich meine, wir sind uns alle bewusst dahingehend, dass wir die Welt wahrnehmen, oder? Gedanken wahrnehmen. Das heißt, da sind wir alle eins und darauf müssten wir uns fokussieren. Verstehst du? Darauf, nicht auf die Objekte. das ist auch Teil der Illusion. Dass wir denken, diese Objekte sind alles. Ich zähle mal kurz auf, dann gehe ich auf die Fragen. Sex, Frauen, Objekt, wow, schöne Frau, hübsche Frau, jetzt frage ich mal, und, so viel Sex hast du gehabt, guten Sex, und, hat dir das wirklich diese wahre Happiness gegeben? Die meisten sagen, nein, das war Tempo, wäre damals gut, aber ich suche immer noch nach der Wahrheit. Sex kann nicht die Wahrheit sein. Auto, Haus, viel Geld, viele haben das, frag die mal, bist du mit dir im Rhein, hast du das gefunden, was du suchst? Nein, ich habe immer noch diese Gedanken, ich bin immer noch so am Grübeln, am Suchen, ich will nicht, dass mein Geld futsch geht, ich habe immer diese Sorgen, oh, guck mal, das sind Weisheiten, und drittens, ein Objekt, ich bin intelligent, ich habe so viel studiert und bin Professor an der und der und der. Aha, okay, hast du denn glücklich, zufrieden, mit dem, naja, bisschen mehr, das wäre, dann wäre das besser, aber so bin ich zufrieden. Remis sagt, ich lese jetzt vor, was auf der Leinwand steht, ich habe das auch geschrieben, seinen Spruch, wahre Glückseligkeit, die du suchst, ist nicht im Fluss des Lebens zu finden, aber in deiner Einstellung, was das Leben mit sich bringt. Fluss des Lebens kann dir die genannten Sachen bringen, aber auch Schmerz. Verletzung, Unangenehmlichkeit bringt dir das Leben auch. Krankheit, stell dir mal vor, du bist krank, wie sehr bist du damit dann, verstehst du, so, das heißt eine winzige Sache und du bist so, andere winzige Sache, du bist so. Nein, das ist nicht die Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist, du bist ständig so, gleichbleibend. Und dieses gleichbleibende, was ich hier verweise, euch sagen möchte, vermittle, ist Gewase, also Bewusstsein. Das ist gleichbleibend. Ja. So, dann, ja, Margret Zieger, danke herzlich für deine ausführliche Antwort, habe verstanden. Beautiful Monster, Gesetz der Anziehung, ist das auch eine Ego-Illusion? Ich glaube, da solltest du den Kurt mal anschauen. Kurt Tepperwein, der spricht über diese kosmischen Gesetze. Gesetz der Anziehung. Ich kann verstehen ungefähr, was du meinst, aber ich gehe darauf nicht ein, weil das überlasse ich lieber dem Meister Kurt. Geh mal bitte zu ihm hin, schau dir deine Videos an, der hat dann ausführliche Sicht oder Weisheit. Der sagt zum Beispiel, alles, was man schwingt oder ausstrahlt, zieht man an. Personanzgesetz, Anziehungsgesetz, also das meinst du bestimmt. Aber wie gesagt, dafür gibt es den Meister Kurt, da bin ich nicht der Richtige. wenn Gott durch uns seine Erfahrung macht und wir nur Objekte sind, dann bleibt uns eigentlich das Leben so hinzunehmen, wie es ist und akzeptieren, was kommt. Das schreibt C-N- dieses C-N- Y- M- N- C-N- Y- N- R der schreibt das oder die und das stimmt. Ja, das ist korrekt. Was übrig bleibt, ist einfach das Leben hinzunehmen, so wie es passiert, ohne einzugreifen und damit meine ich einzugreifen, ohne etwas zu versuchen zu verändern, wie es gerade ist, ohne einzugreifen, wie es sein sollte und ohne zu meckern, wie es war. Wenn diese Sachen wegfallen, dann bleibt nur hinzunehmen, was ist und akzeptieren, was kommt, denn nach dem Konzept Leben passiert durch einen. Niemand lebt sein Leben. Leben passiert durch einen Menschen. Niemand lebt sein Leben. Kein Mensch ist fehl, sein Leben zu leben, wenn es das Leben nicht gibt. Aber ist es dann nicht so, Rengo, sie schreibt, wenn Gott durch uns seine Erfahrung macht, dann könnte man ja diesen Mittelteil durch uns auch weglassen. Also weil es ja diese durch uns, ich habe ja nach dem Erkenntnisweg gefragt, vorhin machen wir hier einen individuellen Erkenntnisweg und da landen wir ja immer wieder bei diesem Spiel dessen, der das Ganze oder das was, also ohne der ist ja schon wieder so wie eine männliche Person, das was das inszeniert, also Gott, also könnte man das Wirken durch uns doch auch weglassen, weil das wir ja auch er sind. Du meinst dieses Moment Also der letzte Kommentar Wenn Gott durch uns seine Erfahrung macht Ja Das meinst du Genau Wenn Gott durch uns seine Erfahrung macht Ja Dieses durch uns verweist für mich ja auch immer wieder auf dieses individuelle Sein individuelles Bewusstsein Erkenntnisweg Dem den wir als Mensch sein machen Aber das ist ja auch wieder eigentlich Illusion deshalb können wir dieses durch uns eigentlich weglassen Also Gott macht Erfahrung weil wir ja auch das sind Ja das stimmt genau das ist wovon du gerade sprichst Isabella die höchste Stufe Ja das liebe ich Das was du da gerade jetzt gesagt hast das ist da kann ich nichts sagen Das ist das Höchste vom Höchsten Das auch was die Vedanta sagt Dieses Ich und Du fällt weg Es ist ja nur Gott Es ist nur Gott Es gibt Ich und Du ist auch nur etwas was der Verstand kreiert Aber in Wirklichkeit was wir denken Also das Ich und Du das gibt es nicht Das ist nur Gott da und das ist auch nur Gott Es gibt nichts anderes Ja 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 Siehst du Und dieses Verständnis passiert jetzt gerade ist in dir was passiert und das ist passiert Da ist niemand hergekommen und hat gesagt jetzt sagst du dass du hast Das Verständnis war jetzt gerade da aufgrund was gesehen wurde Du hast diesen Text gesehen Biologische Reaktion war da und du hast dann die Handlung einfach nur ausgeführt und das gesprochen gerade aber du warst das nicht Das wurde Wie ist das passiert Jetzt analysieren wir das Du hast das gesehen Daraufhin hat das wie wir hier reagiert und hat eine Ausgabe rausgebracht Das stimmt so nicht Das muss ich jetzt Deepak erzählen Aber guck mal wer ist das dann wer das da macht Ist doch Gewahrsinn Da kann niemand sagen Ich habe das jetzt gewusst dass die das so schreibt und ich werde gleich Deepak fragen Was für ein Schwachsinn Kannst du selber zu Gott auch sagen Was für ein Schwachsinn Gott Was machst du Aber er wird sagen Ja Das ist mein Spiel mein Lieber Ich hatte heute heute habe ich mich heute also warte mal wie fange ich an also heute habe ich gesagt dass meine Ärzte doch wirklich komplett unfähig sind und ich habe jetzt die Nase voll ich mache das jetzt alles alleine und in dem Moment sehe ich diese Arroganz des Ichs und der Gedanke was für ein arrogantes Ich und in dem Moment hatte ich ein totales Kratzen im Hals auf einmal habe ich keine Luft mehr bekommen und jedes Wort war abgeschnitten und da habe ich mich dann gefragt ist das so Teil dieses ja wie Gott sich selber die Botschaften gibt also ich meine ich habe das nicht als Zufall sehen können diese Situation und das hast du doch letztes Mal auch mit dein Reifen und Auto und Fahrrad und Motorrad was dann nicht funktionierte in Serie hintereinander wo ich auch fragte ist denn da nicht irgendeine Botschaft die du siehst ein Thema was es zu erkennen gibt oder so aufmerksam machen auf etwas was auch immer das ist ja das ist sehr wahr was du sagst ich weiß was du meinst sowas habe ich auch erlebt und das ist zum Beispiel auch ja es gibt vieles was Gott gemacht hat zum Beispiel wenn bei uns sagt man in Indien wenn der Mensch nahe zum Tod kommt und am Sterbebett liegt und die Kerze langsam ausgeht aber ich möchte den Punkt hier euch sagen damit ihr den versteht wenn einer stirbt dann sagt man man kann das an diesem Signal sehen es ist ein Signal würde ich sagen Indikator dass die Kerze aus welchem Grund auch immer geht dann nach oben die Flamme also wird größer und dann erlischt sie erst so jetzt guckt eure Kerze an wenn ihr sie einfach so anzündet nicht das nehmen was ich jetzt hier gesagt habe das ist Tradition damals haben die Meister das so gesagt dass wenn einer stirbt dann merkt man das wenn die Flamme auf einmal nach oben geht und dann erst erlischt so das ist das gleiche es gibt zum Beispiel Menschen die sagen mir ist das passiert und dann auf einmal gingen die Lichter aus weil das so sein musste das war wie so ein Signal für irgendetwas ja und deswegen also was ich sage ist da gibt es vieles Isabella es gibt vieles was Gott gemacht hat solche Sachen manche Menschen glauben an K 13 Freitag wenn Sachen rund das ist deren Programmierung so aber die wissen wenn die sagen das stimmt so und das ist für die so dann ist das was ich sage und nur sage Gott macht viele Sachen ja es einmal passiert damals als ich 14 war oder 15 wir waren unten in Freiburg in Breistau und Tank war schon war leer 10 Kilometer hätte das Auto gefahren wir waren in Frankreich ist nicht weit die Grenze ist glaube ich 15 Kilometer wir waren auf dem Weg nach Hause mein Vater und mein kleiner Bruder und ich waren im Auto drei Personen in Freiburg in Breistau was passierte wir haben gebetet wir haben gebetet zu Gott bitte helft uns weil es war Sonntag Feiertag und in Frankreich ist das wie da war irgendwas mit nur Karte und auch nur Kreditkarte er hatte keine irgendwie so war das also wir waren in Problem Situation und Tank und mein Vater ist gefahren um 10 Kilometer dann hätte das Auto angehalten so das heißt wir waren wirklich in Probleme so schien das auf einmal auf einmal mein Vater wir waren auf einer Landstraße da war niemand auf einmal kam von hinten ein Pkw vom Nichts überholte uns bremste wir waren dann auch gezwungen zu bremsen weil die Assoziation war da die will irgendwas sagen die sagte salut ich habe ein bisschen französisch verstanden salut c'est problem also c'est problem irgendwie so ich habe dann versucht zu dolmetschen ja wir haben ein Problem Tank ist alle und wir wissen nicht wo die nächste Tankstelle ist und wegen Karte und sowas ist hier glaube ich das Problem wir sind wirklich also wenn sie uns helfen können sie sagt ja klar folgen sie mir zwei Kilometer da ist eine Tankstelle da können sie tanken mit Karte mit Giro mein Vater so wir sind dahin getankt wir fahren raus die fährt vor uns mein Vater hat geweint ich auch wir haben das dann erst begriffen was passiert war und dann war das so dass wir waren dann halt auf dem Weg nach Hause Landstraße gar nicht weit weg von der Tankstelle sagen wir mal zwei drei Minuten ich glaube sie war hinter uns ich weiß aber nicht richtig und dann wir gucken nach hinten zwei drei Minuten nach dem Tanken in Luft nur eine Straße die gerade ausgeht da gibt es kein links oder rechts niemand der da anhalten könnte oder und die war wie in Luft aufgelöst wir haben so gemacht wo ist die hin und mein Vater hat wie dann noch mehr geweint noch mehr also in Hingabe zu Gott seht ihr Gott ist groß das wird uns niemand glauben direkt meine Mutter angerufen die auch geweint als sie das gehört was passiert ist die hat richtig geweint und so in Tränen haben wir so ist das passiert einmal und ich habe gehört dass Islam in dem Islam gibt es auch so eine Tradition wo man glaubt dass Allah der Schöpfer Engel schickt oder Propheten Botschaftler schickt durch also die als Mensch agieren die aussehen wie ein Mensch aber ist Gott und die dann eine Botschaft vermitteln oder dir helfen in dieser Situation und dann auch verschwinden und mir wurde das so gesagt und ja das ist zum Beispiel was ich euch erzählen wollte gerade ja und das passiert ja und solche viele Sachen passieren ja einmal war ich in Verzweiflung es passiert mein Auto wurde abgeschleppt ich war in Frankfurt meine Eltern waren in Indien ich habe mein Portemonnaie war im Auto wurde abgeschleppt ich hatte eine Weiterbildung zum Ernährungsberater gemacht und ich war in Verzweiflung und dann kam ein Mann im Hotelzimmer rein und sagte er guckte nur so und mit diesem Gucken hat er meine Verzweiflung weggenommen und ich habe was gespürt eine tiefe Vertrauensebene eine Zufriedenheit ein Friede war da dass alles gut wird jetzt nicht Kopf hängen lassen du hast sowieso schon so viel im Leben erlebt und hast nie den Kopf hängen lassen jetzt mach das auch nicht das wird schon ja was war ich habe 20 Euro in meinem Dings gefunden irgendwo war das drin weil ich musste mit Taxi da ich hatte kein Geld das Geld war im Auto im Abschleppdienst haben die abgeschleppt und so ist das passiert er sagte irgendwie so mit der Gestik so es wird alles gut und damit was er mir da gegeben hat was durch ihn da agiert hat hat mich einfach komplett in einen anderen Zustand versetzt ja und so ist das Gott hilft uns viele fragen sich immer ja Gott ist existiert okay wenn er existiert warum hilft er mir jetzt nicht Gott hilft von Ameisen bis Elefant sagt man bei uns Gott gibt der Ameise Essen und sorgt sich auch den großen Elefanten dass er sapst ja nur weil es jetzt dir gerade schlecht geht heißt das nicht dass Gott nicht über dich also Hände über dich hat er hat die Hände über dich frag dich mal er ist das Vertrauen zu Gott etwas weniger geworden und deswegen dass du da versteht ihr hast du immer noch dieses Vertrauen in diesen Umständen habt das Vertrauen Gott ist mit dir Gott ist mit uns so sagt man das ich würde sagen Gott bist du selbst und Gott macht alles das Vertrauen kann man glaube ich nur haben wenn man realisiert hat dass man nicht der Körper ist denn auf den passen ja Personen extrem auch Motto ich muss überleben egal wie und ich meine wenn dann der Körper krank wird mit einer tödlichen Krankheit und man identifiziert sich oder ist identifiziert mit dem Körper natürlich dann fehlt das Vertrauen in Gott wieso bin ich jetzt hier so schwer krank und leide deshalb wird es wohl nur möglich sein wenn man schon erkannt hat oder auch nicht dass man der Körper ist obwohl ja oder dass es mehr gibt als den Körper sagen wir mal ich würde das so sagen mein Guru sagt die Identifikation mit dem Körper ist von Anfang an da ansonsten könntest du gar nicht als Ego leben das Ego ist identifiziertes unpersönliches Bewusstsein was sich identifiziert hat mit diesem Körper und agiert jetzt als Ego die Identifikation ist nicht das Wesentliche in dem Thema sondern du sagtest Vertrauen kann nur durch diese Analyse passieren und natürlich wenn das deine Natur ist dass du wirklich Vertrauen hast dass was alles passiert ist Gottes Wille das ist es die Identifikation besteht im weiterhin und wird auch bestehen wenn diese Identifikation gar nicht da wäre dann könntest du gar nicht leben Rameesh hat auch seinen Namen gehört das ist der klare Indiz wenn ihn einer gerufen hat und er hat sich umgedreht und gesagt was kann ich für dich tun was möchtest du das ist der klare Indiz dass eine Identifikation mit einem gewissen Körper da ist die Identifikation ist nicht das Problem das Problem ist dieses Vertrauen ist verloren indem wir denken indem wir denken dass wir ja was machen können indem wir denken dass wir was sind also was du meinst die Idee vom Körper das ist das verstehst du Isabella also worauf ich zeige das Identifikation wird da sein die kann niemand ablegen aber in dem Ego diese Idee vom ich kann was tun ich bin was die kann ausgelöscht werden wenn das Gottes Wille ist und dann ist das Vertrauen warum ist das Vertrauen dann beständig also besteht dann dauerhaft für immer ja weil du bist doch das du bist doch dieses Gewahrsein und das ist das Vertrauen also da gibt es nichts mehr daran zu zweifeln weil wer zweifelt oder wer macht sich diesen Kopf der Verstand und was ist im Verstand ein Schriftsteller hat er so gesagt der menschliche Mechanismus ist ein Mechanismus in dem ein the human being ich sag das einmal auf Englisch bei mir kommt das gerade nicht the human being is a human mechanism and in the human mechanism is a mechanism which prevents the human mechanism from seeing its mechanistic nature der menschliche Mechanismus das menschliche Wesen ist ein menschlicher Mechanismus und in diesem menschlichen Mechanismus ist ein Mechanismus verbaut welches den menschlichen Mechanismus verhindert die Wahrheit zu sehen mit anderen Worten das Ego also der persönliche Macher nicht der Körper der Körper ist das Ego und was ist der Körper das Ego die unpersönliche Quelle hat sich identifiziert mit diesem Körper sonst würden wir gar nicht interagieren können als verschiedene Instrumente Egos und jetzt das Problem ist im Ego hat die Quelle ein Mechanismus verbaut im Verstand gibt es eine Funktion die heißt ich tue ich entscheide ich denke das ist das Problem dieses Ich dieses Ich gilt es zu aufzulösen ja das ist das gibt es eine Frage Nein Das ist dieses was du da sagst das ist die Meister sagen das so mit Identifikation müssen sie zerstören oder man muss die Identifikation mit dem Körper abgeben oder wie du das auch gesagt hast in meinem Wahrnehmung Schatz stimmt das nicht man muss keine Identifikation aufgeben weil man kann es nicht Punkt eins Punkt zwei wie willst du dein Leben leben ohne Identifikation mit deinem Körper zu haben kannst du doch gar nicht sag mir wie du dein Leben leben möchtest nach Erleuchtung wenn diese Identifikation mit dem Körper nicht mehr da ist dann müsste das so sein wenn ich dich rufe mit deinem Namen müsstest du dich nicht umdrehen müsstest mich ignorieren noch nicht mal reagieren du drehst dich aber um wenn dich einer ruft wenn dich einer mit deinem körperlichen Namen ruft deinem sterblichen Namen dann drehst du dich um also ist da logischerweise seine Identifikation immer noch da obwohl Erleuchtung passiert ist und das ist dieses Missverständnis was viele haben hä aber mir wurde beigebracht Identifikation muss man aufgeben nein nein ihr müsst diese Identifikation nicht aufgeben diese bleibt bestehen nur im Ego der persönliche Handelnde der ist ausgelöscht das bedeutet das im Grunde genommen Normalerweise versteht man doch unter Identifikation die Verwechslung mit dem Körper also ich bin der Körper und genau und du hast ja eben gesagt also die eigentlich steht das Ego im Wege also ich ein Erleuchteter wird wahrnehmen dass er durch diesen Körper dass dieser Körper das Werkzeug ist stelle ich mir zumindest so vor aber er weiß ja oder ich höre es ja auch immer wieder auch von dir dass dass es kein Tod und keine keine Geburt gibt so wenn der Körper stirbt also sagt der Erleuchteter Tod und Geburt gibt es nicht weil ich bin nicht der Körper also ist ja nicht diese Identifikation mit dem Körper so zumindest wie ich es verstehe da bei Erleuchteten wohlgemerkt sondern oder nochmal kannst du das nochmal sagen das letzte das allerletzte war dass ja dann wenn ein Erleuchtete ich komme mal näher ich glaube das Mikro ist zu leise wenn Erleuchtete sagen es gibt keine Geburt und es gibt kein Tod und sie sagen ja ich bin nicht der Körper deshalb gibt es ja die beiden Dinge nicht dann ist das doch eigentlich keine Identifikation mit dem Körper denn da ist ja oder da wird ja auch gesagt wir haben Körper ja wir wirken durch den Körper aber wir sind nicht der Körper vielleicht ist das auch nur Worte sind ja teilweise schwierig und vielfältig einzusetzen ja das sind deine Konzepte Isabella die Konzepte ich meine die Konzepte der die das sagen und die zu viel Brei verdirrt den Koch und so und das ich bin nicht der Körper wer sagt das der Körper sagt das nicht der Körper nicht wer sagt das das Bewusstsein das Gewahrsein sagt das die göttliche Hypnose die göttliche Hypnose meint der Körper zu sein oder halt auch nicht ich bin nicht der Körper das Gewahrsein sagt nichts das Gewahrsein weiß weiß derjenige der sagt ich bin nicht der Körper oder ich bin der Körper wer ist das das kann nur das Ich sein und und Ramesh oder ein Kurt oder ein Sad Guru ein Buddha ein Jesus ein Mohammed die haben als separate Egos gelebt wenn die einer mit Namen gerufen hat die haben darauf reagiert das heißt da ist doch wohl eine Identifikation mit einem bestimmten Körpergeist Organismus der einen Namen und eine Form trägt da aber es ist nicht mehr ein persönlicher Macher in diesem Körpergeist Verstand Organismus da Leben wird einfach nur wahrgenommen Leben wird nur wahrgenommen da ist kein Ich mehr da was sagt Ich mache Ich bin und diese Verzweiflung die da ist oder diese Fragerei ja das ist weil diese Konzepte es gibt halt so viele Konzepte darüber mein Ratschlag das was ich dir sagte viele Konzepte also machen hier viel Verzweiflung nimm dir ein Konzept Isabella und teste das mal ich schlage dir vor das was ich sage von Remig Ego ist der Name und die und eine Form die ein gewisser die 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 Körper entspricht der einen Namen und eine Form trägt aber die Quelle hat sich da identifiziert mit diesem Körper und agiert jetzt als Isabella und durch Isabella passieren Handlungen Handlungen Entscheidungen Aktionen und Isabella wenn man die anspricht fühlt sich angesprochen und dreht sich um und jetzt wird Isabella gesagt du musst die Identifikation mit deinem Körper aufgeben jetzt frage ich denjenigen der das sagt wie soll sie das machen sie kann doch nicht ihr ganzes Leben so leben dass wenn sie gerufen wird ich bin nicht Isabella ich bin die Quelle ich bin das das geht nicht das geht nicht du wirst dein Leben weiterhin so leben nur mit dem Unterschied dass da kein ich mehr ist ja Leben wird einfach mehr wahrgenommen als vorher vorher hast du das Leben nicht so wahrgenommen jetzt wirst du das Leben mehr wahrnehmen was durch diesen Körper namens Isabella passiert ja und dieses Konzept wenn du das als richtig fühlst dadurch verschwinden alle Verzweiflung das kann ich dir sagen wenn das Konzept verstanden wurde diese Verzweiflung die da ist durch diese vielen die das sagen ist dann weg kann man deiner Meinung nach einen selbstverwirklichten Lehrer eindeutig erkennen als selbstverwirklichter oder erleuchteter Ja Remesh sagt du kannst ein erleuchtetes Wesen daran erkennen erstmal sagt er es ist ganz einfach zu erkennen wenn einer nicht erwacht ist erstmal das es ist sehr einfach zu erkennen wenn einer nicht erwacht ist woran erkennt man das ja fragst du mich das jetzt ja weil er vollkommen mit seinem Ego noch da ist weil er sagt ich bin erwacht das sagen die ja auch immer die Erleuchteten wer sagt ich bin erleuchtet der kann es nicht sein zum Beispiel mit anderen Worten derjenige wo du fühlst der nicht mit sich selbst im Reinen ist der kann nicht erwacht sein derjenige der erwacht ist daran erkennst du nicht an seiner Power auch nicht an seinem Aussehen auch nicht an seiner Programmierung sondern den erkennst du wo das Verständnis und das ist niemand ist der Macher weder ich noch du alles ist ein passieren durch Gott wo dieses Verständnis da ist und das kannst du wahrnehmen oder spüren oder sehen da kannst du davon ausgehen in seinem Körper ist Erleuchtung passiert weil er hat dieses Verständnis bekommen ich spreche nicht ich werde gesprochen du hörst nicht du wirst gehört wenn das passiert ist das merkst du das kann man nicht ignorieren oder sagen ich merke gar nicht dass der doch das merkt man ja daran kann man das merken natürlich es gibt auch viele andere Faktoren aber ich würde die gar nicht nennen weil die dann auch wieder vielleicht bei gewissen Körper Instrumente Verzweiflung kreieren deswegen sind solche Konzepte normalerweise dafür da die Verzweiflung wegzumachen nicht Verzweiflung zu produzieren und was Remesches Belehrung gibt ist Ego wird weniger und Verzweiflung damit ja auch ich bin nicht der Macher ich habe das nicht verursacht die Dinge passieren in dem Tag wie sie passiert sind und ich war so eine mickrige Rolle so eine Rolle habe ich da gespielt und die Dinge sind so passiert wie sie passiert sind aha und dann wird das Ego immer weniger weniger Verzweiflung auf bis es dann so auf dem Boden ist und dann pures Leid dir erzeugt wird in dir fragt sich das Ego du glaubst doch nicht wirklich dass du nicht der Macher bist oder du glaubst das doch nicht und du bist jetzt kurz vorm erkennen und da sagt mich das wird dich zermürben das wird so dich zermürben diese Fragen vom Ego und dieser Involvierung alles bis das dann wie so ein Gewitter was vorbeizieht aufhört manchmal wirst du Tage haben ich bin nicht der Macher ich weiß es ich muss es mir nicht mehr sagen ich bin ich bin ja nicht der Macher ich muss es nicht mehr sagen ich weiß das ok next day oh so viel Involvierung mein Gott verstehst du und das wird dich zermürben so zermürben bis du dann in Gott aufgehst und dann passiert es dann passiert das vollkommene Verständnis dass wirklich ich bin nicht der Macher und dann wird das Ego sich auch nicht mehr fragen natürlich Gedanken können kommen Emotionen können kommen oder was sagtest du Wut kann kommen Traurigkeit kann kommen ist alles willkommen ist nicht blockiert oder ist nicht mit Widerstand bearbeitet sondern ist willkommen ist als Gast willkommen trinkt Tee ich meine du gibst dem Gast Tee wenn ein Gast zu dir kommt gibst ihm Tee und der Gast geht wieder bist du irgendwie in irgendeiner Art davon berührt nein der Gast kam du hast Tee gegeben der Gast ging Tür zu weiter geht du bist unberührt von das was kommt und geht warum bist du unberührt weil dir gesagt wird du bist reines Gewahrsein Wahrnehmung du bist du bist reine Schwingung also reine Energie Gewahrsein und musst dich nicht festklammern an die Dinge die 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 so 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 dann so 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 die da so vorbeigehen davon bist du jetzt hier das Gewahrsein das hier kriegst du alles mit gerade aber das bist du nicht du musst das nicht so ich bin das 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 Problem wenn das kommt und du dich festklammerst und dann sagst ich bin das das ist das wenn du die Dinge so sein lässt wie sie sind und das hier darf stattfinden die Betonung liegt auf darf ist willkommen so darf stattfinden dann sage ich dir diese Dinge haben nur eine kurze Dauer und das erleichtert dein Leben sehr wenn die Dinge nur eine kurze Dauer haben erleichtert das dein Leben sehr anstatt diese ganzen Involverung diese ganzen Involverung diese ganzen warum ist das passiert warum kann das nicht so passiert sein der Mensch befindet sich immer zwischen Vergangenheit und Zukunft nie befindet er sich im Jetzt Das Jetzt braucht keine Konzepte und braucht auch keine Fragen das Jetzt weiß jetzt ist das gerade da und das ist so wie es ist so wie es sein soll ich habe niemals die Kontrolle was in der Zukunft passiert ich weiß was in der Vergangenheit passiert ist aber das ist vergangen ich verpasse das Jetzt wenn ich mich in Vergangenheit oder in Zukunft begebe doch wer begibt sich da in Vergangenheit oder Zukunft Gott die göttliche Hypnose Maya ist so stark die ist so stark diese Kraft die uns abhält die Wahrheit so zu sehen wie sie ist ich spreche gerade aus meiner eigenen Erfahrung Maya ist sehr stark und kann sogar einen Menschen der gelassen und Ruhe als Programmierung hat auch selten um den Finger wickeln ich sage es euch Maya ist sehr stark dann machen wir jetzt Schluss das Licht aus machen wenn das der letzte Kommentar war oder wenn da noch welche waren dann ich bedanke mich das war der letzte Kommentar ich bedanke ich bedanke Annette Vogel vielen lieben herzlichen Dank und vielen lieben Dank an alle ja es war wieder schön und Dankeschön dass das stattfinden durfte dass das so sein sollte und ja Elisabeth ja Namaste auch an dich und ja ich freue mich auf das nächste Mal und ja bis dahin äh sage ich mach diese Selbsterforschung und ihr werdet dann sehen was passiert jetzt TV Team Dankeschön Devasetu Dankeschön und Isabella Dankeschön ja Namaste habt eine schöne Zeit Dankeschön Deepak Dankeschön Vielen Dank.